Guten Morgen. Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Perfekt. Neumeyer ist nochmal parat von der Firma Damconet. Spreche ich mit dem Herr Hans Herbert, steht hier bei mir. Ja, der ist am Telefon. Sie wünschen... Super. Ja, ich merke mich bei Ihnen. Sie haben ja gestern sich bei uns registriert für ein Handelskonto für Online-Trading. Ja, genau. Also Online-Handeln auf der Börse, genau. Ich fand das ganz interessant, ne? Ja, super. Ich habe ja gestern versucht, Sie zu kontaktieren, aber leider Gottes hat es nicht geklappt. Ja, ja, Dialyse. Das dauert ja immer fast den ganzen Tag. Ach so. Ach so, wenn ich fangen darf, wie alt sind Sie denn? Ich bin 73. 73. Okay. Wie geht es Ihnen denn heute? Ach, so weit ganz gut. Sagen wir mal, heute Nacht sind nur wieder die ganzen Hater bei mir vorm Haus gewesen. Es war ziemlich unruhig, die Nacht. Aha, aha. Aber ich habe dann relativ lang geschlafen heute. Ach so. Na ja, dann ist es heute ein bisschen besser als gestern, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das würde ich schon behaupten. Ja, was denken Sie, sind Sie denn in der Lage zu traden, also zu handeln? Ja, sicher. Ich bin ja Kaufmann gewesen früher. Ach so. Ach so. Na ja, das muss ich ja fragen, weil Sie sind ja auch relativ krank. Ich will jetzt auch nicht Sie damit belasten und... Nein, ich wollte ja Geld verdienen. Sagen wir mal, keine Ärger veranstalten irgendwo. Okay. Na ja, ich werde Ihnen das ganz kurz nochmal erklären. Also, bei uns haben Sie eine vollautomatische Software. Was bedeutet das? Also, diese Software macht das Handeln für Sie. Das heißt also, Sie müssen nicht so viel Erfahrung haben und auch nicht so viel Zeit investieren. Also, einfach zwei, drei Mal pro Woche in die App reinschauen, sehen, wie die Software für Sie tradet. Also, wie viel Sie verdient haben. Ja, Zeit hätte ich ja. Das wäre ja nicht das Problem. Naja, ich sage ja. Sie können auch mehrmals in der Woche also rein in die App reinschauen. Ach so, das ist nicht limitiert, ja? Genau, genau. Sie haben auch eine Testphase erstmal bei uns. Wahrscheinlich? Die dauert... Testphase, Testphase. Zwei Wochen. Damit Sie erstmal natürlich das Ganze ausprobieren, sehen, ob es im Endeffekt etwas für Sie ist oder nicht. Und nach den zwei Wochen dürfen Sie entscheiden, ob Sie es weitermachen, also ob es Ihnen gefällt. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, das Konto ladet man mit 250 Euro auf, damit diese Software für Sie traden kann, also handeln kann. Weil ohne Geld kann man leider Gottes nicht handeln. Ja, das ist wohl wahr, ne? Genau. Aber weil es eine Testphase von 14 Tagen ist, falls Sie sich dagegen entscheiden, falls Sie sagen, also das war doch im Endeffekt nichts für mich, damit kommen Sie das Geld wieder zurück auf Ihrem Bahnkonto. Ich kann das verzocken und kriege das dann wieder, oder wie? Nee, in diesen zwei Wochen bekommen Sie es wieder zurück, falls Sie sich dagegen entscheiden. Also, falls das schief läuft. Genau. Zwei Wochen, wenn etwas schief läuft, wenn Sie sagen, ich möchte das nicht mehr machen, diese 14 Tage, haben Sie recht, das Geld wieder zurück auf dem Bahnkonto von Ihnen natürlich zu bekommen. Das, was Sie eingeführt haben. Da kann ja eigentlich nichts schief laufen, ne? Nein. Also, deswegen bieten wir auch den Kunden erstmal diese Testphase, damit Sie das Ganze nochmal ausprobieren, damit Sie das erstmal testen. Und danach können Sie ja entscheiden, was Sie weitermachen, also ob Sie es weitermachen oder nicht. Liegt ja im Endeffekt an Ihnen. Ja, also heute muss ich auf jeden Fall noch zum Einkaufen, weil Sie gerade fragten. Ähm, ja. Sollen wir es so machen, damit Sie jetzt das Handelskonto aufladen? Ich weiß es nicht, haben Sie Paypal oder haben Sie vielleicht Online-Banking? Was wäre für Sie jetzt die bessere Option? Na, ich wohne ja im Prinzip über der Sparkassenfiliale, ne? Aha. Aha, okay. Das ist ja ganz praktisch. Mich würde jetzt aber natürlich tendenziell mal interessieren, was da denn bei rumkommt für mich, ne? Das ist ja also ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Genau, genau, genau. Genau, 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 eben, eben, eben. Also von 250 Euro können Sie jetzt nicht so vieles erwarten, also vielleicht 500 Euro, das Sie gewinnen oder 750 Euro, das wäre der Maximum. Von welchem Zeitraum sprechen wir da denn? Einen Monat, also auch in der Testfahrt. Einen Monat? Genau, das ist der Maximum, was Sie von 250 Euro erwarten können. Natürlich, wenn man mehr investiert, kann man auch mehr verdienen. Aber wir raten immer den Kunden, starten Sie mit dem Minimum, mit den 250 Euro. Dass Sie erst mal sehen, wie das Ganze funktioniert, ob es etwas für Sie ist oder nicht. Und dann können Sie natürlich, falls Sie sagen, ich möchte das weitermachen, dann auch mehr investieren. Ja, das ist ja aber auch schon 500 Euro, das ist ja verdreifacht dann, ne? Genau, genau. Das ist ja enorm. Versuchen Sie es einfach, also 14 Tage haben Sie ja Zeit und danach können Sie entscheiden, ob Sie es weitermachen. Das ist ja jetzt aber eine ganze Menge Geld im Spiel. Ist das denn, sag ich mal, steuerpflichtig, die Geschichte da bei Ihnen? Das ist Ihr Geld. Sie können das jederzeit auf Ihr Bankkonto überweisen und wie gesagt, Sie entscheiden, was Sie damit machen. Also ich muss das nicht anmelden, ne? Ne, ne, eigentlich nicht. Ist ja großartig und nun eigentlich nicht. Ja, das ist also für Online-Handeln. Das bekommen Sie, wie gesagt, falls Sie möchten, auf Ihr Bankkonto wieder dann überwiesen. Ja, das ist ja logisch, ne? Aber will die Merkel denn dann da was von haben, der alte Geierzinken? Ich denke mal nicht. Davon will sie nichts haben. Das ist gut, ne? Und sie ist auch in den nächsten Tagen auch weg. Ja, aber da kommt ja dann der nächste Klabautermann hinterher. Gleich ist ja besser. Mal schauen. Glauben Sie, dass wir... Sie sind ja... Sie hören sich ja an wie Anfang 20. Sie wissen das wahrscheinlich einfach nicht besser. Aber Politik... Nee, das weiß ich nicht. Oh, da sehen Sie mal. Kompliment, junge Frau. Dann lassen Sie gleich mal gesagt sein, Politik wird nicht besser. Das wird von... Denk ich mal auch. Von mal zu mal schlimmer, dass Sie sich da halt auch im Sinne von einem Schutzbunker irgendwann im Laufe der Jahre halt auch mal drauf vorbereiten können, nicht wahr? Naja, viele Leute heutzutage traden ja auch deswegen, damit sie vielleicht später in der Rente ein bisschen mehr Geld haben. Naja, ich glaube ja nicht, dass Ihre Generation nochmal eine Rente kriegen wird, ne? Ah. Das wissen wir leider Gottes nicht. Ja, ich gehe ja mal... Man sagt ja immer, hoffe auf das Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Dann kann ja nichts passieren. Und von daher würde ich halt an Ihrer Stelle schon mal davon ausgehen, dass da nicht wirklich was rumkommt. Naja, vielleicht mal schauen also, was passiert ist. Also ich will Ihnen jetzt ja nicht die Illusionen nehmen, ne? Aber der Ponyhof ist nicht mehr. Wenn ich mal fragen darf, seit wann sind Sie denn krank? Oh, schon ein bisschen länger, ne? Das ist ja Diabetes, ne? Das kriegt man ja nicht mehr los, wenn man das mal hat, ne? Das hat auch mein Opa. Na, sehen Sie. Ist weit verbreitet. Ich habe zu viel Kinder-Schokolade immer gegessen. Denken Sie wirklich, das liegt an der Schokolade? Ja, das habe ich jetzt einfach mal so für mich beschlossen, weil der Mensch ist ja, sagen wir mal, sein Leben lang auf der Suche nach dem Sinn und nach Erklärungen. Und ich habe sonst immer ein vorbildliches Leben geführt. Also zumindest nach meinem Selbstverständnis. Und das ist ja mal halt so das, wo ich das darauf zurückführen kann. Vielleicht ist das bei Ihrem werten Großvater ja auch der Fall. Dann könnte man sich da mal austauschen. Wo wohnt Sie denn? Ich wohne in Frankfurt-Oder. Oh, der ist in Berlin, also mein Opa. Ja, Frankfurt-Oder und Berlin sind ja nicht so weit, ne? Nein, so weit ist es nicht. Aber ich bin halt nicht mehr so gut zu Fuß, ne? Ich mache jetzt halt alles mit dem Computer. Von Bestellungen von Essen und Nahrungsmitteln und Nachschub. Haben Sie denn Familie? Kinder vielleicht? Ja, sein Enkel, der macht mir das mit dem Computer. Der hilft mir da immer, ne? Oh, das ist ja gut. Ja, der hat mir das alles, sag ich mal, so eingerichtet. Ich kann sogar das... Ich weiß gar nicht, ob man das so erzählen darf. Ich kann sogar mit dem Computer telefonieren. Und brauche deswegen, sag ich mal, gar keinen regulären Anschluss mehr. Was ja auch immer Geld kostet, ne? Per Skype oder per... Ja, das ist das... Ich weiß gar nicht, weil... Feub nennt sich das. Wie nennt sich das? Feub. Feub? Ja. Das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Werde ich mal recherchieren. Nochmal was, warum Sie machen? Recherchieren, damit ich nochmal nachschauen kann, was das ist. Ja, das ist so ein Gerät auf dem Gerät, das einem halt ermöglicht, mit dem Gerät zu telefonieren. Also... Und man zahlt nichts. Na, sag ich mal, dass der... Ja, die Rufnummer, das kostet halt im Cent-Bereich, ne? Und dann kann man da halt durch die Gegend verlustieren, sozusagen. Oh, das ist ja gut. In der Tat, ne? Aber es kostet ja sonst... Sonst würde das ja Geld kosten. Und wenn wir was sparen wollen, dann ist es ja Atemluft, Geld und mehr Schweinchen. Und bei welchem Anbieter sind Sie? Das nennt sich Zipgate. Zipgate? Ach so. Das ist ja was anderes. Okay. Sollen wir es so machen? Ja, natürlich sollen wir das machen. Ich werde Ihnen per E-Mail... Hier steht Hans-Maulwurf-1946-at-gmail.einesekunde.com. Ja, natürlich. Steht hier Ihre Interesse. Okay. Dass ich Ihnen per E-Mail nochmal die Rechnung mit der Referenznummer zusende. Und weil Sie ja sagen, die Bank ist ja neben Ihnen, dann können Sie es später in der Bank natürlich dann auch überweisen. Ja, und wie geht das dann weiter? Genau. Dann werde ich mich nochmal bei Ihnen melden. Sie schreiben mir per E-Mail, dass Sie das eingezahlt haben. Wenn Sie möchten, Sie können natürlich dann auch ein Foto von der Einzahlung machen. Ich werde mich direkt bei Ihnen dann nochmal melden. Und dann werde ich Sie an unseren Fachexperten nochmal weiterleiten. An was, bitte? Fachexperten, Fachexperten. Was ist das? Er wird Ihnen nochmal die Software und wie das Ganze funktioniert nochmal erklären, weil ich bin nur dazu da, um das Handelskonto mit Ihnen zu öffnen, also zu aktivieren. Er wird Ihnen das Ganze nochmal erklären, falls Sie irgendwelche Fragen haben, bitte dann nochmal aufschreiben und bei den Fachexperten dann nochmal fragen. Und der macht, was ist das für ein Mann? Das ist der Fachexperte. Also das ist der Experte für Trading, also für Online-Handeln. Er hat dann mehr Infos, wie das Ganze funktioniert, gibt Ihnen auch natürlich Tipps und wenn Sie Fragen, wie gesagt, haben, dann bitte nochmal den Experten dann fragen. Das ist ja alles sehr spannend bei Ihnen. Ja, und es lohnt sich dann auch. Jetzt muss ich ja mal fragen, ich habe völlig vergessen, wie war denn jetzt der Name von dieser Einrichtung? Was meinen Sie? Die vollautomatische Software. Nee, von Ihnen, vom Namen, von der Firma. Ah, von der Firma, Damkonet. Wie schreibt man das denn? Also Dora, Anton, Marta, Konrad, Otto, Otto, also Nordpol, Emil, Theodor, Damkonet. Wo ist denn das? Auch bei Berlin? Wir haben ein kleines Office in Berlin und der Sitz von der Firma ist in der Schweiz. Ah, in der Schweiz. Genau. Aber wir haben hier in Berlin ein kleines Office. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Naja. Bis in die Schweiz ist es halt schon ein bisschen weiter. Genau. Also die Kunden sind meistens aus Deutschland und deswegen haben wir auch ein kleines Office in Berlin. Das ist ja nicht so recht. Das ist Ihre Anschrift, also damit ich Ihnen die Rechnung per E-Mail zusenden kann. Das ist ja Hans Maulwurf, 1946, at gmail.com. Genau. Die Anschrift, also Ihre Adresse. Ach, die physische Adresse. Das ist ja im Prinzip Altschauerberg, Acht. Nochmal bitte. Altschauerberg. Altschauerberg. Acht. Okay. Acht. Ja, in 911, 448, Emschkirchen. Emschkirchen. Okay. Sie haben mir gesagt, bei der Sparkasse. Genau. Okay. So, dann werde ich nochmal die Rechnung für Sie, also mit der Referenznummer, nochmal hier vorbereiten. Ich werde Ihnen in den nächsten 5 oder 10 Minuten per E-Mail nochmal die Rechnung zusenden und heute also, wie gesagt, im Laufe des Tages einfach in der Bank nochmal überweisen. Wenn Sie es machen, bitte per E-Mail schreiben und ich werde mich sofort bei Ihnen nochmal melden. Also soll ich die Überweisung per E-Mail machen? Wie geht das denn? Haben Sie denn auf Ihrem Handy oder Computer Online Banking? Ja, ich mache das da ja immer. Haben Sie schon mal etwas, also per PC eine Überweisung gemacht? Ja, jeden Tag, ne? Ja, super. Dann einfach per Online Banking, also wie Sie es normalerweise machen, den Namen von dem Unternehmen, also Eindrang, das werde ich Ihnen alles per E-Mail zusenden, die Referenznummer und 250 Euro unten, also der Betrag. Wenn Sie es einzahlen, bitte mir per E-Mail einfach nur schreiben, dass Sie es gemacht haben. Ich werde mich sofort bei Ihnen nochmal melden, okay? Wie lange sind Sie denn erreichbar? Ich bin heute bis 17 Uhr da. Ich weiß ja nicht, wie lange die Bank gebraucht, um das fertigzustellen. Das dauert halt bis Montag oder Dienstag, aber wenn Sie es machen, also heute per Online Banking, ich werde mich sofort nochmal bei Ihnen melden, dann warten wir halt bis Dienstag, okay? Und also bis Dienstag dann, ja? Genau, dass wir halt die Überweisung von Ihnen bekommen, weil es ist ja auch Wochenende Morgen. Aber wenn Sie die Überweisung per Online Banking machen, schreiben Sie mir sofort und ich werde mich nochmal bei Ihnen melden, dass wir erstmal den Termin mit dem Experten ausmachen, okay? Haben Sie denn eine Internetseite? Habe ich, natürlich. Wenn Sie möchten, ich kann es Ihnen auch per E-Mail zusenden. Wie heißen die? Da können wir dann mal eben gucken. Natürlich, www.damconet.com Ich wollte schon .net schreiben. .com Also Sie können das später nochmal, ich werde Ihnen nochmal Ihre Zugangsdaten für Ihr Handelskonto geben, also per E-Mail nochmal zusenden und dann können Sie also den Einblick von Ihrem Konto haben. Ich bin da ja sehr begeistert von, muss ich ja. Sie haben ja gesagt, das ist in der Schweiz, ne? Der Sitz, der Sitz, also das Office ist in Berlin, aber der Hauptsitz ist in der Schweiz. Aber warum steht auf Ihrer Internetseite dann, dass Sie auf den Marshall-Inseln sitzen? Das ist nur von der Bank, also von der Bank sozusagen, weil wir sehr wissen, auf den Marshall-Islands muss man ja nicht Steuern zahlen. Und deswegen ist es für uns als Unternehmen natürlich auch besser. In Deutschland und der Schweiz muss man Steuern zahlen, in den Marshall-Islands nicht. Ja, aber man muss ja trotzdem, wenn man sich da, sag ich mal, verlustiert mit einem deutschen Geschäftsitz, da muss man da ja auch die deutsche Anschrift hinterlegen, die ist da ja gar nicht draufgegeben. Ich möchte Ihnen alles also per E-Mail zusenden, das ist ja kein Problem. Ja, das muss ja aber im Internet mit dabei stehen. Was haben Sie denn für eine Anschrift in Berlin? Die Paulstraße Nummer 4. Paulstraße? Genau, Nummer 4 in Altmoabit. Das haben Sie gut gesagt. Ja, das ist ja auch die Straße. Ja, und da haben Sie ja sicher auch eine Handelsregisternummer, die kann ich nämlich auch nicht finden. Haben Sie, wenn Sie möchten. SD. Das können Sie auch schreiben. FD. Handelsregisternummern fangen aber nicht mit FD an. SD. SD. Null. FD. Null? Nee, S wie Siegfried. Siegfried. Dora. SD. Genau. Ja. SD 022. 022. Genau. Genau. Das ist die Registernummer. Wir sind von der FSA, also Financial Authority Service sozusagen unterstützt. Von welchem Land ist das denn? Das ist von Europa. Nee, in Deutschland ist die BaFin, die Banken aufsieht. Nur halt in Deutschland. Aber europaweit ist das die FSA. Weil wir sind nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Ja, aber Sie haben ja einen deutschen Geschäftssitz und unterliegen damit ja auch deutschen Regularien. Genau. Genau. Wenn ich mal Ihre Nummer bei Google eingebe, das Einzige, was mir da angezeigt wird, sind Quittungsblöcke von der Firma Siegel. Der Artikelnummer ist die 022. Schreiben Sie einfach auf Google. Damconnet. Dann werden Sie auch unsere Rezensionen sehen. Ja, bin ich gerade bei. Ja, Damconnet. Einfach Damconnet eintragen. Ja, aber ich will ja, sagen wir mal, keine Rezessionen sehen, die jeder selber schreiben kann. Ich möchte ja gerne offizielle Dokumente einsehen, nicht wahr? Wie gesagt, ich habe Ihnen ja die Nummer gegeben. Ja, aber das ist ja keine valide Nummer. Sagen wir mal, Handelsregisternummern sind 17-stellig. Wenn Sie in Deutschland eine Firma haben, dann müssen Sie hier ja auch, sagen wir mal, eine Meldung haben. Aber von der FSA ist das die Nummer. Die SD 022. Ja, und wo kann ich das angucken? Wie heißt diese Agentur? FSA. So heißt es. Können Sie das bitte mal buchstabieren? Nach Alpha Numerisch. Franz. Ja. Siegfried. Ja. Und Anton. Financial Service Authority. Also SD 022. Also wenn ich das eingebe, dann kommt hier freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie. Ist das das? Nein, also ich weiß, wo ich arbeite und ich weiß, was die Lizenznummer ist, was Sie da im Internet jetzt eingetragen haben, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe Ihnen ja die Nummer gegeben, auch wie gesagt, natürlich auch die FSA, wie gesagt. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt. Die FSA ist die britische Finanzaufsichtsbehörde zur Regulierung der Finanzdienstleistungsindustrie im Vereinigten Königreich in der Canary Wharf in London. Und europaweit. Ja, aber Großbritannien gehört ja nicht mehr zur EU, wie Sie vielleicht wissen. Weiß ich, aber trotzdem ist die FSA für ganz Europa. Ja, da haben Sie ja aber auch sicher, um bei der FSA die Nummer beantragen zu können, brauchen Sie ja die deutsche und die schweizerische Nummer. Das wäre das, was mich interessiert. Okay, super. Wie gesagt, möchten wir es jetzt so machen? Möchten Sie es mit der Einfassung machen oder nicht? Sie können im Endeffekt nicht nachweisen, dass Sie einen schweizerischen oder deutschen Geschäftssitz haben, ne? Das kann ich. Ich habe Ihnen ja auch die Adresse gegeben. Ja, ich kann ja auch sagen, hier, Alt-Schauerberg und Mariendorfer-Damm. Ich habe Ihnen auch die Lizenznummer gegeben, auch den Namen. Also wenn ich die Adresse bei Google eingebe, da sind da Wohnungsanzeigen, da kann man gerade eine Vier-Zimmer-Wohnung mieten. Haben Sie da noch Nebenräume frei, sozusagen? Ich habe ja gesagt, wir haben ein kleines Office. So eine Briefkastenfirma, ne? Nein, das ist keine Briefkastenfirma. Wie gesagt, das ist eine Firma mit einem Office in Berlin. Der Hauptsitz ist in der Schweiz. Wie gesagt, ich habe Ihnen ja alle Infos gegeben. Wenn Sie mir jetzt nicht vertrauen oder wenn Sie sagen, ich möchte das wirklich jetzt nicht machen, dann ist es okay. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Ihre Nummer gerade bei der FSA eingegeben. Da gibt es auch nichts. Da kommen auch keine Suchergebnisse. Ja. Ich möchte Sie nur kurz fragen, wie lautet Ihr Nachname? Also Maulwurf. Sie wissen ja, was ein Maulwurf ist. Ja. Sind Sie jetzt interessiert oder möchten Sie mich nur hier jetzt befragen? Naja, im Prinzip möchte ich ja, um mein Interesse zu festigen, meine Fragen beantwortet haben, wie das in einem Verkaufsgespräch so üblich ist. Ich höre jetzt zum ersten Mal, dass ein Kunde oder dass ein Deutscher mit Maulwurf heißt. Nochmal, was ist Ihre Frage? Mhm. Ich höre jetzt zum ersten Mal, dass ein Kunde den Namen Maulwurf hat. Ja, das soll vorkommen. Ja. Maulwurf weiß man, was er ist. Ja, das ist richtig. Das ist das Tier im Garten. Mhm. Und ich denke mal, für 72 Jahre sind Sie wirklich mit Internet sehr begabt. Wenn Sie jetzt schwer krank sind. Ja. Haben Sie eigentlich gar kein Schamgefühl, sagen wir mal, selber einen kranken Opa und hier die alten Leute abzocken? Nee, ich möchte das nicht machen. Also wie gesagt, ich habe Ihnen ja das Ganze angeboten. Nein. Also ich habe Ihnen ja angeboten, dass Sie das Ganze testen. Sie haben da zugestimmt. Natürlich. Und wenn das Geld erstmal da ist und Sie da auf den Marshallinseln sitzen, kriege ich das bestimmt wieder, ne? Mhm. Ja. Also wie gesagt, wir machen das jetzt hier, ich muss jetzt hier eintragen, ob Sie interessiert sind oder nicht. Wenn Sie interessiert sind, bitte machen Sie ein Foto von Ihrem Ausweis, damit ich weiß, dass Sie wirklich der Herrn Maulwurf sind. Ja. Und dass Sie wirklich so heißen. Und wenn nicht, dann verabschiede ich mich und ich werde dann auch das weiterleiten und Ihr Handelskonto dann auch schließen. Okay? Ich bedanke mich um noch einen schönen Tag. Möchten Sie denn jemanden grüßen? So viel dazu. Ja. Das ist halt immer, ne? Die werfen dann irgendwelche Nummern und irgendwelche Adressen um sich. Und da ist ja im Endeffekt, kann man da mit wenigen Klicks Recherche rauskriegen, dass das alles schwachsinnig ist. Und vor allem, wenn die da mit ihrem Auto-Trading-Software-Dingern da anfangen, Leute weglaufen. Gefahr!